Hallo und herzlich willkommen! Herzlich willkommen zu einem neuen Video, wieder in diesem Format, weil ich einfach gerade nicht dazu komme, dass ich das ganze Setup mal aufbaue und deswegen mache ich das recht schnell. Ich habe einmal die Brigitte-Box bekommen und muss ehrlich sein, ich habe schon ein Produkt rausgenommen, weil ich das unbedingt gebraucht habe, jetzt für das Konzert, wo wir waren und auch für die Arbeit und sage ich euch aber dazu, was das für ein Produkt war, aber ich würde sagen, wir packen trotzdem den Rest der Box aus. Ach ja, und hier war noch ein Gutschein von HelloFresh. Warum habe ich die Brigitte-Box bestellt? Ganz einfach, weil da ein Produkt drin ist, natürlich, ihr wisst es ja, ein Produkt, das ich unbedingt haben wollte und deswegen habe ich die ganze Box bestellt. Ja, Raffaela, Raffaela. Wir hatten einmal noch mit in der Box dabei die Brigitte Nummer 10, kostet bei uns 3,90€, in Österreich 4,30€. Ja, mal gucken, vielleicht komme ich morgen dazu, dass ich die mal durchlese, aber eigentlich werde ich wahrscheinlich überwiegend Videos bearbeiten morgen. Mal gucken, ich nehme es mir auf jeden Fall mal mit. Habe ich noch nicht gelesen, muss ich ehrlich zugeben. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu dieser wunderschönen Box. Ich fahre aber mit dem Unboxing beginnen, schaut auf jeden Fall oben, also entweder hier oder hier oben in der Infobox vorbei, da sind alle aktuellen Gewinnspieler verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr da dann vorbeischaut und mitmacht. Es dürfte auf jeden Fall das neue Boxengewinnspieler online gekommen sein. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Wir machen die Box auf. Und das erste, was ich euch jetzt leider nicht zeigen kann, das lese ich euch bloß schnell vor, ist einmal das 8x4 Deo in Fresh Lime Mini. Also ich liebe alle 8x4 Deos. Die Seite kann ich euch eigentlich zeigen, weil da ist bloß das Produkt drauf. Das war eben drin. Ich liebe die Deos. Also die kann ich euch mega empfehlen. Die sind so gut. Die riechen alle wirklich gut. Ich hatte bis jetzt kein schlechtes und ich hatte auf jeden Fall das schon, das schon und das Lila auf jeden Fall. Beim anderen Rest bin ich mir nicht sicher. Aber ich werde mir auf jeden Fall alle noch holen bzw. alle testen. Wir lesen einmal. Fresh Lime Mini für den perfekten Frischekick mit dem erfrischten Spritzigen Zitrusnoten von Fresh Lime ist jeder Start in den Tag ein Kickstart. Entfaltet dein volles Potenzial mit der Kombination aus dem aktivierenden Duft und dem zuverlässigen 48 Stunden Schutz. Fresh Lime ist für Trendsetter, First Mover und Frühaufsteher. Also alle, die genau wissen, was sie wollen und sich selbst kein Limit setzen. Genau. Und die Probegröße, die ich hier drin hatte, ich hätte gerne große Größe gehabt. Also wirklich. Kostet 99 Cent und die Originalgröße würde 2,99 kosten. Hättet ihr ruhig die Originalgröße reinpacken können. Aber ich beschwere mich nicht. Es war wenigstens ein klein. Dann würde ich sagen, fangen wir an und ich fange so an, wie es in der Beschreibung drin steht. Also ich suche jetzt nicht raus, sondern nehme die Produkte so, wie die kommen. Und das erste, was wir haben, ist gleich das Produkt, das ich unbedingt haben wollte. Und zwar von Junglück das Aloe Vera Gel. Feuchtigkeitspflege. Ich hole es mal raus. Dann sehe ich es ein bisschen besser. Ich finde einfach das Packaging, obwohl es so minimal ist, so toll von Junglück. Ich kann es euch nur empfehlen. Auch die Wirkstoffe sind einfach toll. Ist auch das Highlight in der Box. Junglück unser Highlight. Aloe Vera Gel. Das Aloe Vera Gel mit 91,9% Bio-Aloe Vera aus kontrolliert biologischem Anbau. Ist ein Allround-Talent für jeden Hauttyp. Es spendet intensive Feuchtigkeit, pyruidgereizte Stellen und wirkt aktiv Entzündungen entgegen. Gerade bei empfindlicher oder akut gereizter Haut, zum Beispiel nach einem Sonnenband, bringt das kühlende Gel schnell Linderung. Ob im Gesicht oder als Zusatz zu deiner Bodylotion. Es versorgt und beruhigt spürbar deine Haut. Für die Anwendung im Gesicht reicht ein halber Pumpstoß des Gels bereits aus. Am Körper werden ein bis zwei Pumpstöße pro Körperpartie empfohlen. 250 Milliliter kosten da eben 24 Euro. Junglück ist leider nicht billig, aber es ist wirklich eine tolle Marke. Ich kann es euch mega empfehlen. Nur deswegen dürft ihr eigentlich die Box mit, muss ich jetzt ehrlich zugeben. So, das war Produkt Nummer eins. Dann kommen wir zu Produkt Nummer zwei. Ich muss bloß gucken, welches das ist. Und zwar ist es das hier. Das kennen wir schon. Ich glaube, dass wir das auch schon hatten. Ich bin mir nicht sicher, ob das genau das war. Und zwar von Freiöl Waschstück pH 5,5 Körpergesicht und Haare. pH neutral. Genau. 3 in 1 seifenfreie Reinigung. Sensible Haut und normales Haar. Genau. Einmal diese da. Ich muss bloß gucken, dass es nicht blendet. MED Waschstück pH 5,5. Ein wahrer Allrounder. Das Waschstück stärkt dank den enthaltenen Mikrosilbers das Mikrobiom der Haut und bewahrt den natürlichen Hautschutzmantel. Für eine umweltschonende, pflegende Reinigung von Körper, Gesicht und Haaren. Auf die feuchte Haut und in die nassen Haare einmassieren, aufschäumen und anschließend gründlich abwaschen. Genau. Und diese 90 Gramm. Sind das 90 Gramm? Ja. Kassen tatsächlich 7,30 Euro. Ist schon echt teuer. Würde ich so wahrscheinlich nicht kaufen. Aber Freiöl ist halt auch echt eine gute Marke. Da kann man nichts sagen. Dann haben wir etwas von Matt Maskey. Und zwar haben wir hier einmal Vitamin B Booster Blue Clay Mask. pH balanced, pore refining, smoothing, firming, tightening und brightening. 60 Milliliter. Da muss ich tatsächlich gucken, ob ich die schon habe. Da bin ich mir nicht sicher. Ich habe nämlich schon einiges von Matt Maskey. Vitamin A Booster Blue Clay Maske. Diese parfümfreie blaue Tonerde Maske enthält eine Mischung aus Blumen, Früchten und Tonerde. Die Poren verfeinert und deine Haut mit einer hohen Dosis an natürlichen Vitamin A versorgt. Zudem befindet sich als natürliche Alternative zur Retinol Bakuchiol in dem Produkt, was auch für empfindlich hauptbestens geeignet ist. Trage die Maske auf die gereinigte Haut auf, lasse sie 7 bis 11 Minuten einwirken und wasche sie anschließend mit kaltem Wasser ab. Genau, diese 60 Milliliter kosten tatsächlich krasse, muss man sagen. 45 Euro ist schon echt teuer. Also wie gesagt, zu teuer fast. Würde ich so auch nicht kaufen, muss ich ehrlich zugeben. Dann haben wir etwas von Salt House. Das finde ich sehr interessant. Das habe ich bestimmt noch nicht, da wette ich drauf. Und zwar haben wir hier von Salt House den Reinigungsschaum sensitive. Methode mehr Mineralien, Panthenol und Allantoin. pH neutral mit 0% Parfüm für trockene und empfindliche Haut. Und Salt House ist so eine tolle Marke, ist aber auch nicht billig, soweit ich weiß. Oh, das geht tatsächlich, aber sage ich euch gleich. Salt House totes Meer Therapie Reinigungsschaum sensitive. Der sensitive Schaum reinigt besonders sanft und gründlich ohne auszudrucken. Naturreines totes Meer Mineralien, Panthenol und Allantoin sorgen für spürbare Erfrischung und beruhigen leicht reizbare Haut. Die Feuchtigkeit der Haut wird bewahrt und die natürliche Hautschutzbarriere unterstützt. Trage eine kleine Menge etwa 1-2 Pumphübe des Reinigungsschaums morgens und abends auf die leicht angefeuchtete Haut vom Gesicht, Hals und Dekolleté auf. Und massiere es sanft ein. Anschließend mit Wasser abspülen. Genau und da kosten 150ml 5,49€. Ich hätte gedacht, das ist teurer. Also das finde ich tatsächlich okay und würde es so auch kaufen, weil es gut ist. Dann haben wir, okay, das ist auch ein Produkt, weswegen ich die Box wollte, muss ich jetzt ehrlich zugeben, weil mich das mega interessiert hat. Und zwar haben wir einmal das Kräutersalz Mediterranean. Ich liebe allgemein Kräutersalz und wollte ich unbedingt testen. Just Spice mediterranes Kräutersalz peppt jedes Gericht nur auf. Das mediterrane Kräutersalz passt nicht nur perfekt aufs Butterbrot, Tomate, Mozzarella oder zu Dips und Salat, sondern eignet sich auch perfekt zum Nachwürzen oder fürs Kochen. Vollendet ein Essen mit einer Prise und Peppe ist zugleich mit mediterranen Kräutern wie Rosmarin und Basilikum auf. Genau, kostet 4,99€ für 103g. Ja, wissen wir, dass das nicht billig ist. Genau, und man bekommt eine Gratis-Kennenlern-Gewürzbox mit dem Code, alles groß geschrieben, 9KUE-7SOS-SJL5. Ein Mindestbestellwert von 9€, falls einer von euch das testen will. Ähm, ich brauch's jetzt nicht, ich hab schon genug von Just Spice, ich muss nicht testen. Dann haben wir, das kennen wir tatsächlich leider schon, aber ich hab's tatsächlich noch nicht in groß gehabt, muss ich jetzt ehrlich sagen. Wir hatten's bis jetzt nur in klein. Und zwar von Sanssouci, Sanssouci, keine Ahnung, wie man's ausspricht, Baden-Baden Thermalspray. Das vitalisierende Spray mit exklusiven Thermalwasser aus Baden-Baden sorgt dank der zahlreichen Mineralstoffe und Spurenelemente für ein einzigartiges, wohlbefindende Haut. Der feine Sprühnebel energetisiert und umhüllt die Haut mit angenehmer Frische. Dazu einfach aus ca. 20cm Entfernung auf die Haut aufsprühen, 150ml, 8,40€. Klar, das werde ich gleich in den Kühlschrank packen und mir dann draufsprühen, weil es ist echt heiß die letzten Tage. Sehr cool. Finde ich toll, dass es endlich mal eine große Größe ist und nicht immer die Probegrößen. Dann hatten wir auch was sehr interessantes. Das wusste ich aber tatsächlich nicht, dass das drin ist. Und zwar von Shergis, die kenn ich noch gar nicht. Die ist mir tatsächlich neu. Eine intensive pflegende Fußmaske redegeneriert und schützt, verbessert die Hautfeuchtigkeit um bis zu 227% für sanft weiche Füße. Das hat doch gar nicht hin. 227% glaube ich nicht. Da ist auf jeden Fall drin Shea Butter, Macadamia Nussöl und ist für alle Hauttypen geeignet. Wir gucken mal was hier drauf steht. Intensiv pflegende Fußmaske von Shergis, die kostet 3,49€, ist okay. Intensiv pflegende Fußmaske, die Shergis intensiv pflegende Fußmaske mit Shea Butter, Macadamia Nussöl und Urea ist das perfekte Pflege extra für trockene Haut. Die nicht fettende Rezeptur spendet Feuchtigkeit und schützt vor Feuchtigkeitsverlust. Trockene, raue Hautstellen werden geschmeidig gepflegt. So geht's. Füße waschen und abtrocknen. Fußmaske aus der Verpackung nehmen, über die Füße ziehen, Schutzfolie oder Klebeschale entfernen und ausdrücken, sodass die Socken gut verschlossen sind. 15-20 Minuten einwirken lassen, anschließend entfernen und Rückstände mit einem Tuch abnehmen oder abwaschen. Eine Fußmaske finde ich jetzt nicht schlecht, kann man auf jeden Fall brauchen. Fußmasken habe ich auf jeden Fall auch noch nicht viel. Das war aber immer noch nicht alles, denn wir haben noch zwei Produkte. Drei. Drei Produkte. Und zwar, das kenne ich tatsächlich noch nicht. Von OGX, das ist ja eine tolle Marke. Da gibt es ja diese riesen Shampooflaschen davon. Renewing Argan Oil of Morocco Shampoo Bar. Damaged Hair kann ich auf jeden Fall brauchen, weil mein Haar ist jetzt nicht so das gesündeste. Es ist jetzt auch nicht kaputt, aber könnte gesünder sein. OGX kostet 7,99 Euro. Ja, die Marke ist nicht billig. Renewing Plus Argan Oil of Morocco Shampoo Bar. Das feste Shampoo mit Argan Öl und 79% natürlichen Inhaltsstoffen hilft das Haar zu reinigen, zu stärken und verleiht strahlenden Glanz für seidig, gesund ersehendes Haar. Dazu einfach das Shampoo Bar aufschäumen, mit den Fingerspitzen in das nasse Haar einmassieren und gleichmäßig bis in die Spitzen verteilen. Anschließend gründlich ausspülen. Das Beste daran, ein festes Shampoo entspricht 700ml eines normalen Shampoos. Mega interessant. Bin ich sehr gespannt. Also ich wusste nicht, dass sie jetzt auch feste Produkte haben. Feste Produkte haben werde ich sehr gerne testen. Dann haben wir das vorletzte Produkt. Etwas für meinen Mann. Ihr wisst es, ich mag es nicht. Aber mein Mann wird sich darüber freuen und es passt von der Farbe her natürlich in die Box, weil alles so ein bisschen bläulich ist. Summer Edition Ioneberry, Juneberry von Red Bull. Die perfekte Abkühlung. Die neue Red Bull Summer Edition mit dem einzigartigen Geschmack von Juneberry ergänzt durch eine feine blumige Note. Ist ein wahres Geschmackserlebnis. Da kosten 250ml 1,29€. Ja, wie gesagt, mein Mann wird sich darüber freuen. Ist jetzt nicht so meins. Wisst ihr. Aber stört mich jetzt nicht, dass das drin ist. Und dann, die finde ich wieder sehr sehr interessant, haben wir noch ein Produkt drin. Und zwar haben wir einmal eine Hyaluron Maske drin von 7th Heaven. Hyaluronic Acid Moisturizing Capsule Sheet Mask. Rebalancing Restore Amino Acids. Ist auf jeden Fall drin für alle Hauttypen wieder. Die kostet 1,99€. Finde ich okay. Würde ich auch ausgeben, wenn die gut ist. 7th Heaven Hyaluronic Acid Sheet Mask. Gönne deiner Haut eine Feuchtigkeitschub mit der Feuchtigkeitspendenden Hyalurons für die Tuchmaske. Die perfekte Wahl, um einen trockenen, fahlen und dehydrierten Tart zu verbessern. So geht's. Entferne die Tuchmaske aus dem Sashé, falte sie auseinander und passe sie an deinen Gesichtskonturen an. Lehne dich zurück und entspanne für sieben bis zehn Minuten. Entferne anschließend die Maske und massiere die Rückstände ein. Und das war alles zu der Maske. Ja, und das war tatsächlich alles was in der Box ist. Wir legen nochmal alles so ein bisschen hier her. Also ich versuch's. Einmal das von Jungenglück. Dann legen wir das dazwischen, dass das nicht davonrollt. Und das da. Ein bisschen weiter runter, dass ihr es noch lesen könnt. Einmal Red Bull. Das auch hier, das davonrollt natürlich. Einmal die Schäfensmaske. Einmal die Seife von OGX. Einmal von Matmaskides. Einmal das Gräutersalz. Das legen wir hier her. Und einmal das Waschstück von Freiölkopf. Ihr könnt's einigermaßen sehen. Ja, das war alles was in der Box drin war. Ja, es sind jetzt insgesamt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Produkte in der Box. Finde ich nicht schlecht. Und wenn man jetzt guckt, dass alleine das schon echt wahnsinnig viel wert ist. Also das von Jungenglück hier. Ich find's toll. Und ihr seht das. Es ist so ein bisschen ein blaues Thema. Bis auf das, das fällt jetzt ein bisschen raus vom Jungenglück. Ist alles sehr, sehr blau gestaltet. Es ist für alles was dabei. Es ist Gesichtsreinigung dabei. Es ist was zur Erfrischung dabei, beziehungsweise Pflege. Was zum Waschen. Aber für Körper und, also das ist ja für alles. Für Körper und für Haar. Für Füße was zum Pflegen. Fürs Gesicht. Was zum Pflegen. Was zum Trinken. Ja, da auch nochmal fürs Gesicht. Eine Maske. Also ich find die Box echt toll. Und ich bin froh, dass ich sie bestellt habe. Ich find sie echt mega. Einen Daumen nach oben. Zwei Daumen. Ja, deswegen habe ich die Box auch bestellt. Und jetzt höre ich auf zu schwirmen. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben lassen. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar darüber, wie euch die Box gefallen hat. Würde mich mega interessieren. Schreibt's unten rein. Und natürlich könnt ihr mich auch kostenlos abonnieren und unten auf den Abonnieren-Button. Dann verpasst ihr kein Unboxing, kein Gewinnspiel und so weiter mehr. Übrigens oben in der Infobox sind alle aktuellen Gewinnspiele verlinkt. Boxen Gewinnspiele ist auf jeden Fall online. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Eine schöne Bucke. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.